Untertitelung des ZDF, 2020 Was wir hier mit dieser Ausstellung machen und was wir als einen Blick hinter die Kulissen der Kunstgeschichte bezeichnen, ist eine Art Laborwerkstatt zu entwickeln, uns mit der These zu beschäftigen, dass die Kunst des 18. Jahrhunderts selber Triebfeder der Diskussion in der Aufklärung waren, dass sie also nicht nur eine passive Teilnehmer dessen war, was die Philosophen, Literaten oder Naturwissenschaftler an anderen Orten diskutiert haben und was dann irgendwie noch so ins Bild umgesetzt wurde. Nein, die Kunstgeschichte, die bildende Kunst war imstande, aktiv argumentierend an der Entwicklung des 18. Jahrhunderts, an der Diskussion, an dem kritischen Diskurs über Aufklärung, was die Freiheit des Menschen ausmacht, teilnehmen zu können. Und das ist das, was wir hier in der Ausstellung zeigen wollen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Weil es ein so großes Universalmuseum mit dieser Vielzahl an wunderbaren Bilder schätzen, ist es unsere Herausforderung, aber auch angenehme Pflicht, nicht nur über das zu sprechen, was in jedem Handbuch zur Kunst des 18. Jahrhunderts abgebildet ist, den berühmten Bildern des 18. Jahrhunderts zur höfischen Kunst, den Perlen, sondern wir haben ja viel mehr. Und wir sind herausgefordert zu reflektieren, was wir denn eigentlich bewahren und was uns das über die Zeit erzählt. Und insofern beschäftigen wir uns nicht mit den Nachtzeiten, sondern wir beschäftigen uns mit der Vielfalt des Materials, das uns zu Gebote steht. Und wir treffen dabei auf Themen, die für uns Ansatzpunkte sind, bis in unsere Zeit hinein nachzudenken über das, was unsere Kulturgeschichte ist, was uns Bildbotschaften des 18. Jahrhunderts an Diskussionsthemen bis heute verlängert und perpetuiert. Ja. Ja. Gut, okay. Wir machen das. Das ist ein bisschen schrotten von gestanden. Du bist ein bisschen drücken. Genau. Ja. 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 Noch mal die Betonung, nein, nicht ein Beschäftigen mit den Nachtzeiten der Aufklärung, sondern eine Schwerpunktbeschäftigung, wissenschaftliche Schwerpunktbeschäftigung mit der Kunst des 18. Jahrhunderts und der Vielfältigkeit der Ausdrucksmöglichkeiten, die die Kunst im 18. Jahrhundert in einer Weise entwickelt, wie sie absolut innovativ und modern ist. Ein Stichwort nur, die Abstraktion als Medium der Kunst einzuführen, ist eine Erfindung des frühen 18. Jahrhunderts, ist eine Erfindung der Aufklärung. Kein Mensch käme auf die Idee, die Abstraktion des 20. Jahrhunderts kulturgeschichtlich mit dem 18. Jahrhundert zu verbinden. Wir beweisen es aufgrund der Bilderchronologien und der Bildargumentation, die aus unseren Beständen heraus möglich ist. Wir bewegenen von einem Stichwort auf den Boden und den Boden ab。 Sie können ja auch nutzen und diejenigen, die Kunst leiden ausした Kultus. Wir beenden die Ai-Media, die Handlung des Strichwort. Wir beenden die Abstraktion des Zichworten. Wir beenden die Abstraktion des Zichworten. Eben, ich gebeine ich an die Abstraktion des Zichworten, wir m'jahre ins Zichworten. Ganzbar sind wir in Stichworten und Arb, die Abstra bringt die Abstraktion des Zichworten, die bei der Mitternachtung auf die Cypulierung Vielen Dank. Vielen Dank.